Hallo und herzlich willkommen auf dieser wundervollen DVD. Schön, Sie wiederzusehen. Und Sie? Oh, Sie sind neu. Aber da, oh ja, da auch wieder da, natürlich, da ändert sich nix. Immer noch keine Freunde, immer noch kein echtes Leben da draußen, immer nur vor der Glotze hängen. Tja, na Gott, macht ja nix. Mir geht's ja genauso. Seit 20 Jahren guck ich den ganzen Scheiß jetzt schon. Und deshalb freue ich mich ja auch so, dass wenigstens Sie mich damit nicht ganz allein lassen. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie sind ein echter Freund. Kein schönes Leben, nicht besonders attraktiv, aber ein echter Freund. Und es ist ja das Innere, was zählt, oder? Sagen die Hässlichen immer. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ist ja auch egal. Ich wünsche jedenfalls jetzt, wie immer, viel Spaß, gute Nacht und frohe Ostern mit der neuesten DVD von Kalkofes Mattscheibe Recalked. Schöner kann man sich den Tag nicht versauen. Film ab! Film